Darf man eine Krawatte tragen? Warum darf man sie nicht tragen? Weil es wie ein Kreuz aussieht. Okay. Das könnte auch ein Kreuz sein. Guck mal hier. Das ist eine Linie. Und dann hast du hier die linke Schulter. Hier die rechte Schulter. Wie nennt man sowas? Einflüsterung. Es gab manche Gelehrte, die das verboten haben. Die gesagt haben, die Krawatte sei verboten. Weil das wäre ein Kreuzsymbol. Aber das ist sehr, sehr schwach. Die Krawatte ist eine Kleidung. Genauso wie das Hemd. Genauso wie die Jacke. Genauso wie die Hose. Und so weiter. Allahu alai.